Ankele gesperrt. Hier in einem Geschäßhaus in Dortmund. Siehst wie mir da am ehemaligen R-Series oder so aus. Hier zum ersten Mal so ein schöner Aufzug. Ich glaube es ist auch ein Bürohaus. Du verdammt. Die anderen Schlaue werden ein wenig. Die andere Seite entfernen. Du weißt auch nicht. Die andere Seite Corrin zu kommen. Steigern, die andere Seite. Es war auch ein Schindler, wie ich hier sehe. Jetzt ein Geschäßhaus entschendet oder jetzt ein Bürohaus. Nur Tufat ist angeschlossen. Nur Licht. Saison, wir wollten so eine Anzeigetafel auch zum ersten Mal. Ciao. 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 Ciao.